Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Hallo, ich bin Philipp Schiemann vom Haigraben ASV und ich stelle euch heute meine Traumelf vor. Also im Tor habe ich gewählt Sebastian Wiehe von Halzenberg Relling. Einfach weil er ein guter Torwart ist. Ich glaube ich habe erst einmal gegen ihn getroffen und das war auch noch ein Elfmeter. Muss auf jeden Fall noch mal was passieren. Rechtsverteidigung habe ich gewählt Patrick Hoppe, auch von Halzenberg Relling, mit dem habe ich zusammengespielt als ich da war. Auf jeden Fall ein cooler Typ. Innenverteidigung habe ich gewählt Patrick Scheidt und Marcel Rochelt. Marcel Rochelt, der kam ja jetzt diese Saison von TSV Uetersen zu uns und der musste da auch einfach rein. Patrick Scheidt von SV Lead, auf jeden Fall auch ein Top-Mann. Ich habe, wo wir gegen die gespielt haben neulich, ich glaube da bin ich das allererste Mal an ihm vorbeigekommen. Sonst hat man das immer ziemlich schwer gegen ihn. Links außen, also in der linken Verteidigung habe ich Christoph Kettelhohn aufgestellt, der hoffentlich nächste Saison bei uns spielt. Der war jetzt schon ein paar Mal beim Training bei uns und ist auf jeden Fall ein guter Typ. Im Mittelfeld habe ich aufgestellt auf jeden Fall Marvin Kummerfeld, der schießt in der dritten Herden bei uns in Haigraben seine Tore. Lukas Löberstedt, der letztes Jahr aus der Schleswig-Holstein-Liga zu uns gekommen ist. Und ja, auch geiler Typ, der musste da rein. Ja, Sebastian Krabbe ist noch, den kenne ich auch noch aus Halzenberg-Relling-Zeiten. Den habe ich da auch noch mit reingenommen. Und ja, vorne im Sturm habe ich aufgestellt, einmal Serge Scharg von 1. FC Union Thornisch. Ja, der ist ziemlich schnell, macht auch seine Tore da. Und ja, dann natürlich noch mich selber vorne aufgestellt in der Mitte. Und neben mich noch Steven Schönfeld von Quickborn, der macht meistens auch so viele Tore wie ich. Deswegen musste der da auch noch mit rein. Ja, als Trainer habe ich dann noch meinen Vater Carsten Schümann genannt. Also das ist mein Lieblingstrainer. Ich glaube, ich habe in meiner Jugendzeit am meisten so von ihm gelernt und ja. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.